Heute gibt es leckere Bananenwaffeln, 2 Bananen, 2 Eier, 5 Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel Mandelmus, 1 Teelöffel Backpulver und das ganze verrühren, Motiv eurer Wahl ausstechen und den Rest essen, dunkle Schokolade im Wasserbad schmelzen und wer mag, kann auch dekorieren nach Lust und Laune. Das ist ein Kuchen ohne Mehl mit viel Eiweiß, der lange satt macht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, have a nice day, bye! Bis zum nächsten Mal!